Hallo Freunde, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing. Wir packen heute schon das vierte Päckchen des Adventskalenders von GetDigital aus. Heute ist das Päckchen ein bisschen kleiner, nämlich diese Größe hat es. Wir haben hier die Nummer vier drauf mit den Turtles. Ich bin gespannt was drin ist und wir werden es gleich erfahren, denn wir legen los. Wir packen es aus und wir haben heute drin ein Kattenspiel. Und zwar ein Kattenspiel, was ich tatsächlich behalten werde, weil ich sammle dieses Genre. Wir haben ein Kattenspiel von The Walking Dead. Das ist so ein Padettkattenspiel, wo man diese Karten sammeln kann mit verschiedenen Eigenschaften. Und es freut mich unwahrscheinlich, weil wie gesagt, Walking Dead sammle ich. Und was bei einem Kattenspiel außen ja gewöhnlich ist, wir haben hier eine Altersfreigabe ab 18 Jahre drauf. Ja Freunde, bis jetzt ist der Kalender wirklich gut. Es sind bis jetzt schöne Artikel drin und ich bin gespannt was morgen drin ist, denn morgen haben wir den fünften. Ich mache das fünfte Päckchen morgen auf. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Tschüssi. , Tschüssi. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017